hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovic let's play und heute spielen weiter assassin's grid syndikat und wir sind hier stehen geblieben wir müssen jetzt kommen viele gegner ich bin im arbeitszimmer ich möchte nicht gestört werden außer es gibt neuigkeiten von dem das macht die sache schon schwieriger wollen sie trotzdem nein wenn das eine templer festung ist dann wird es immer schwierig bleiben aber keine sorge wir halten uns schön fern von miss lucy sollen wir wenn sie dort mal nachschauen natürlich mitten schläger sind wir reingekommen hier auf dem fest oder keine ahnung wo hin so ich versuche mal nach oben zu gehen aber da gibt es noch einen eingang jawohl kurz rum umschauen wo es gibt es was ist das sieht interessant aus ja sieht ganz interessant aus ich denke mal das ist der schiff von edward kenway so ich habe doch schlösser knacken 2 komisch komisch sehr komisch normalerweise habe ich doch freigeschalten diese schlösser knacken 2 wo nach suchen wir denn ich bin mir nicht sicher naja das hat diese piano hat irgendwie schon von anfang gelöchtet so ok muss ich irgendwelche kombination da spielen oder was das steht sogar d a d e e f d d d a d e fd d a d e t t f d d a moment vi schreibt mal kurz auf vielleicht ist das die richtige kombination ich schreibe kurz nur auf so auf einen zettel weil es sind zu viele buchstaben d d d d so jetzt habe ich das aufgeschrieben mal gucken ob das passt so so d d d falsch so noch mal jetzt von vorne wie x noch mal vier eck dreieck r1 und noch mal vier nicht sonderlich subtil nicht wahr hat er einen ausgeprägten sinn für spektakel ja ja wohl geile habe ich gefunden so jetzt können wir weiter reingehen mal gucken was was da drinnen ist hoho es ist unglaublich Canways Schatz untersuchen Ich freue mich voll Untersuchen Eine Geschichte der Londoner Assassinen Schlupflöcher, Gewalbe Ein versteckter Schlüssel Was ist das? Du sagst, du hast Musik gehört Diese Öffnung war vorhin noch nicht da Sie schließt sich Ja, das sehe ich selbst Hilf einen blockieren Wir brauchen einen anderen Ausgang Komm schon, mach auf Jawohl, perfekt Hallo Eine ganze Schatzkammer Gefüllt mit der Geschichte der Assassinen Einfach erneu zurückgelassen Wir müssen sich später zurückerrobern Oder ein besseres Verstück finden Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder Aber ich bin gerne bei der Planung hilflich Vom Zug aus Jakob ist auf Streifzug Die Stelle ist also frei Falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen Jawohl Jetzt sind wir raus Perfekt, ey Was für eine geile Mission Alle haben Okay, haben nicht alles geschafft So diese Mini-Quest Aber trotzdem Bombe, ey Was für eine Überraschung war das Edward Kenway Höchstpersönlich Geil, ey Der Black Flag habe ich komplett durchgezogen, ey Ich habe alles gefunden Alle Karten Alles habe ich gefunden Das war Eine Erlebnisse Deswegen eigentlich freue ich mich jedes Mal Wenn ich Assassiner zocke Schon ziemlich geiles Spiel Zack So, was können wir als nächstes machen? Zwei, ein bisschen durchsuchen Okay, das ist Level 4 Das können wir eigentlich machen Wir sind schon Level 4 So Ja, machen wir mal das Ich glaube mal direkt Fahren Umdrehen Jawohl, perfekt Mach mal Weg frei Ja, schneller Ja, schneller Upsala Upsala Abhauen So Gib mal Gas Bisschen schneller Boah, noch ein bisschen weit Ich denke mal kein Problem Machen wir Schaffen wir Wenn unsere Kutsche nicht kaputt geht Wenn unsere Kutsche nicht kaputt geht Ich hoffe nicht Oh, ein bisschen driften Wow, wow, wow Diese Kutsche manchmal, wenn man driftet Ist ein bisschen nicht so stabil So, ein bisschen Gas geben Ja, geh mir aus dem Weg So, ein bisschen Gas geben Da ist heute noch ein Detektiv-Quest Sehr schön gepackt So, jetzt können wir hier reingehen Und diese Quest mal fertig machen So, diese Mission Ja, ladet ein bisschen Ich habe mich schon dran gewöhnt Dass jedes Mal So, ladet ein Bildschirm kommt Ladebild Ah, Jacob Äh, Miss, äh, Fry Schön, Sie zu sehen Oh, kennen Sie Starrix neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabbel sind nie angekommen Und dann haben wir das hier abgefangen Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf Dann entschlagnahmen wir sie Oh, äh, Moment Ein anderes abgefangenes Telegramm Enthielt das Rezept für ein stark wirkendes, halluzinogenes Serum Ich passte diesen Bolzenmechanismus an Ihre Armschienen an Alec? Sie sind ein Genie Das ist offenkundig nicht wahr Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen So, was können wir machen? Wir haben neue Waffe bekommen Weiter, meine Kleine Das ist irgendwie gasförmig Okay, alles klar Okay, dann muss man ja Noch ein bisschen reiten So, jawohl Ja, gib mal Gas So, jetzt kann ich absteigen Sehr schön gepackt, wie immer Nein, ich wollte zwar eigentlich nicht dahin So, welche Bolzen Ah, da Okay, bisschen konzentriert Die kämpfen miteinander Geil So, die Kabel aus den Kisten plundern So, ich muss irgendwelche Kabeln aus den Kisten plundern Und noch sieben Personen Dann muss ich mit diesen Bolzen erwischen Also durch Feuer Ein bisschen plundern So, ich befreie noch diese drei Jungs Kann ich die befreien Ja, befreien geht's So, liebe Freunde Ich mach mal jetzt hier kurzer Pause Ich wünsche euch noch viel Spaß Und ja, abonnieren und liken nicht vergessen Wenn euch das gefallen hat Und bis zum nächsten Mal